Hallo Freunde, ich mache heute mit Diffne aus bunten Ringen eine Pyramide. Und los geht's! Diffne, vor dem orangefarbenen Ring kommt der blaue. Jetzt stimmt's. Jetzt kommt der gelbe Ring. Oh, hier muss ein anderer Ring hin. Hey Diffne, ich habe eine Idee. Den fehlenden Ring, den machen wir einfach aus Knete. Hm, welche Farbe sollen wir nehmen? Hm, der möchte dunkelblau, aber wir haben hier einen dunkelblauen Ring. Am besten, wir nehmen grün. Koffer, Koffer, Koffer. A, Koffer. Koffer, Koffer, Koffer. Ii-i, Koffer. Fertig. Mal schauen, ob der grüne Ring auch auf die Pyramide passt. Daphne, unsere Pyramide ist fertig. Hm, Daphne spielt mit Roter Knete. Ich habe eine Idee. So, Daphne, auf die Spitze der Pyramide kommt eine rote Kugel. Unsere kunterbunte Pyramide ist fertig. Die fehlenden Teile haben wir aus Knete gemacht. Super. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017